Jetzt wo ihr da seid, läuft hier ziemlich viel. Ziemlich cool. Müsste ich nur noch gewinnen. Jetzt gehen wir ab, einen Stuhl. Weg. Lass mich in Ruhe abkacken. Was, habe ich keine Waffe? Doch, ich habe eine Waffe. Ich bin einfach pro, Alter. Ich bin einfach. Nun, Palkros, es ist ja eigentlich ziemlich einfach. Töten und nicht getötet werden. Und ich habe jetzt gerade drei getötet. Sehr berus. Sei doch nicht so ehrlich.